Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, 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 ganz herzlich zu diesem neuen Video. Ich hoffe euch geht es gut und ihr seid bereit für ein richtig schönes Scratching Video, denn das wünscht ihr euch schon länger. Und ich lege gleich los mit Mikke Scratching. Ganz sanft Mikke Scratching. Mikke Scratching mit den längeren Fingernägen. Ich habe richtig schöne, toll klingende Gegenstände für euch herausgesucht. Und dann zeige ich euch jetzt ja zur Einstellung. Habe ich euch ja so ein Teelichthalter, ein Windlicht herausgesucht. Die Kerze habe ich auch mitgebracht, weil das Teelicht, das zünde ich gleich mal an. Ich finde die Scratching Sounds auf dem Glas total schön. Wenn das й Das klingt so lieblich. So lieblich, lieblich. Habe ich ein Teelicht mitgebracht. Teelicht, das ganz, ganz beherig duftet. Ganz beherig duftet. So lieblich. Okay. Okay. Das stelle ich jetzt zur Gemütlichkeit hier neben mir auf den Tisch und schnappe mir das nächste Scratching-Objekt. Das stelle ich jetzt auf den Tisch. Das klingt total schön auf diese Ruffelpuppe oder Vellpuppe. Das klingt total schön auf diese Ruffelpuppe. Das klingt total schön auf diese Ruffelpuppe. Das klingt total schön auf diese Ruffelpuppe. Das ist so eine rutschfeste Auslegefolie für Küchenschubladen beispielsweise. Das klingt total schön auf diese Ruffelpuppe. Das klingt total schön auf diese Ruffelpuppe. Das klingt total schön auf diese Ruffelpuppe. Ich mag das Scratching-Geräusch dieser dicken Folie auch sehr. Das klingt total schön auf diese Ruffelpuppe. 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 Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist das Scratchen über diese Buchstaben. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf welchem Material liebst du das Scratchen? Metallpappe oder auch so unebene Materialien. Ich mache das Pencil-Mapchen. Ein Pencil-Mapchen. Ein Pencil-Mapchen. Es klingt auch so, 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 so schön. Ein Pencil-Mapchen. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Da sind schöne Rosen eingeschnitzt. Rundherum erpletter. 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 Rundherum. Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Schau. Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein kleines Eimerchen mit Slime drin. Nur damit ihr es mal gehört habt. Das ist ein kleines Eimerchen. Das ist ein kleines Eimerchen. Ich mag das auf dem Deckelchen. So, ein Objekt habe ich noch. So, ein kleines Eimerchen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So meine Lieben, das war's für heute. Von meinem Scratching-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Schlaft schön und träumt, was ist. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und denkt dran, Däumchen nach oben, Abo-Button gedrückt. Und ja, vielen Dank. Bis bald. Bye, bye.